Hallo zusammen! Vincent van Gogh ist tot und das wird jetzt groß gefeiert. Also, dass er seit 125 Jahren tot ist, das wird gefeiert. Und zwar weil er gut war, nicht weil er tot ist. Ich finde van Gogh super, muss ich ehrlich sagen. Weil der hat am liebsten Bauern bei der Arbeit gemalt. Ich meine klar, der war ja auch nicht doof. Da hatte er ja ständig ein Motiv, weil wir Landwirte sind ja Tag und Nacht am Arbeiten. Und so ist der van Gogh in nur zehn Jahren Schaffenszeit auf über 1800 Gemälde gekommen. Also ich bin jetzt nicht so gut im Rechnen, aber ja, das sind bestimmt so drei Bilder pro Stunde. Aber damals hat sich da noch keine Sau für interessiert. Der van Gogh hat zu Lebzeiten nur ein einziges Bild verkauft. Der Mann war so arm, der hatte noch nicht mal Geld für Topmodelle. Ja, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Auf jeden Fall musste der van Gogh sich aus Modelmangel immer selbst malen. Es gibt über 30 Selbstporträts von der Mann. Vincent van Gogh ist quasi der Erfinder vom Selfie. So, Ich hoffe, das Video gerade hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt Gefällt mir und schreibt der Andy Wittes dazu. Wenn nicht, dann vergesse es Am besten ganz schnell wieder. Hier gibt es übrigens noch viel mehr davon zu gucken. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert · mywillTV und ihr macht damit einen ehrenwerter Landwirt sehr sehr glücklich. Tschöö .